Schaut euch mal diese Karte an, also das ist wirklich ein Punkt der mir an Thailand jedes Mal wieder auffällt oder was meinst du Leon? Was bist denn du für ein kleiner Süßer? Der Sonnenuntergang ist jetzt gerade schon echt richtig richtig krass. So jetzt gibt es erstmal ein Bier und wir wurden ich glaube zwei Tage später wieder von der Polizei angehalten. In diesem Video möchte ich euch Gründe nennen warum ich jedes Jahr nach Thailand fliege, warum es mir hier so gut gefällt und warum ihr auch unbedingt mal nach Thailand fliegen solltet. Ich werde aber auch in diesem Video die Punkte nennen, die mir an Thailand nicht so gut gefallen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, wenn ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unser Taxi ist da, Basti und Leon und ich, wir gehen jetzt erstmal was essen. Wir gehen in ein Burger-Restaurant, das wirklich sehr fancy ausschaut und ich bin mal gespannt, ob das an unseren Burger aus Koh Samui rankommt, weil der war schon echt richtig krass. So, das ist unser Restaurant. Schaut auf jeden Fall schon mal sehr sehr gut aus. Alle hier mit der Kamera, das ist immer zu geil. Schaut euch mal diese Karte an, richtig nice gemacht ey. So, wir haben jetzt hier ein Wagyu Beef Tartar bestellt. Hier ist ein kleines Wachtelei, das macht man in der Regel eigentlich hier drüber. Sehr gesund diese Eier. Jetzt bin ich echt mal merkspannend, wie das Ganze hier schmecken wird. Das sieht sehr sehr lecker aus. Boah, das ist richtig krass. Mit Trüffeln. Das schmeckt voll die Trüffel raus. Aber ist echt sehr sehr lecker. Sehr sehr gut, aber könnte wahrscheinlich auch mehr sein, weil ich habe einen deftigen Hunger. Im letzten Video habe ich extra noch drüber gesprochen, dass man hier nichts Rohes essen sollte in Thailand. Und jetzt essen wir rohes Hackfleisch und ein rohes Wachtelei. Das ist wirklich sehr intelligent. Wir hoffen einfach mal. Aber die Vorspeise schmeckt echt schon mal sehr sehr geil. Ist aber hier auch relativ teuer. Also diese Vorspeise allein hat jetzt schon 23 Euro gekostet. So, der Wagyu Beef Burger ist jetzt da und hier oben ist tatsächlich Entenleber. Und hier habe ich noch ein bisschen so Brokkoli. Schauen wir mal, wie der schmeckt. Ja, ist geil. Aber kommt bei mir nicht an Steckt Burger ran. Es ist im Gesamten jetzt schon sehr sehr teuer, aber man kann es auf jeden Fall sich mal gönnen hier. Die Sarah kann man machen, muss man aber jetzt auch nicht unbedingt. Also es war gut, aber hat mich nicht umgehauen. So, wir sind jetzt wieder daheim. Was auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt ist in Thailand, ist, dass die Menschen mega mega gastfreundlich, nett, hilfsbereit und offen sind. Also das ist kein Vergleich zu Deutschland. Also du siehst hier kaum mal irgendwie einen Menschen, der schlecht gelaunt ist. Sie sind alle am Lächeln und sind gut drauf, haben positive Stimmung. Also das ist wirklich ein Punkt, der mir an Thailand jedes Mal wieder auffällt. Oder was meinst du, Leon? Ich wollte gerade sagen, die sind zwar freundlich, aber mit Wäsche waschen haben sie es auf jeden Fall nicht so. Ja, unsere Hausdame hat eine Leonserjacke einfach gewaschen und die ist komplett im Marsch. Und die war echt teuer. Das ist ein bisschen doof, aber die hat sich auch jetzt schon 100 Mal entschuldigt. Es ist jetzt 18.12 Uhr und die Sonne geht schon fast unter. Schaut euch das mal an. Das sieht schon echt traumhaft schön aus. Und das ist auch ein Punkt, den ich jetzt mal noch ansprechen möchte. Hier ist unser wunderschöner Whirlpool. Ich weiß gar nicht, warum der läuft. So, mal ausmachen. Ach nee, der läuft gar nicht. Hä? Komisch. Ich setze mich jetzt mal kurz hier in die Sauna rein, weil es da draußen so windig ist. Aber auch ein Punkt, den ich noch nennen möchte, was in Thailand wirklich, wirklich krass ist, sind die Landschaften, die Umgebung, die Sonnenuntergänge. Also das sollte man sich wenigstens einmal im Leben echt angucken. Also dafür lohnt es sich auch echt nach Thailand zu fliegen. So schöne Strände. Also schon allein, wenn ich mir hier die Umgebung angucke, zeige euch nochmal kurz hier ein bisschen. Es ist alles so unglaublich schön grün. Ich weiß gar nicht, ob das auf Kamera auch so geil rüberkommt, wie es jetzt hier in echt ist. Ja, wie ist es eigentlich mit den Preisen in Thailand? Also grundsätzlich kann man sagen, dass das Essen schon günstiger ist als in Deutschland. Vor allem die thailändischen Gerichte, da kannst du wirklich sehr, sehr günstig essen gehen. Gerade auch so auf den Nachtmärkten und so ist es wirklich sehr günstig. Aber ich sag mal, wenn du jetzt europäisches oder amerikanisches Essen, wie zum Beispiel Burger, Steak, Sushi oder sonstige Sachen isst. Ja gut, Sushi ist jetzt nicht unbedingt europäisch oder amerikanisch, aber ich meine jetzt so die Sachen, die du auch in Deutschland essen kannst. Dann gibt es wirklich keinen richtig großen Unterschied. Also ihr habt gerade gesehen, unser Essen, das war relativ teuer. Also ich würde sagen, es ist ähnlich wie in Deutschland, aber die thailändischen Gerichte sind sehr, sehr günstig. Es gibt jetzt wirklich wenig Punkte, die in Thailand mir negativ auffallen, aber ein Punkt ist auf jeden Fall das Thema mit den Lebensmittelvergiftungen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Da habe ich ja in meinem letzten Video drüber geredet, das könnt ihr euch mal noch angucken, wenn ihr möchtet. Was auf jeden Fall richtig, richtig geil ist in Thailand, ist der Vibe. Also man fühlt sich hier einfach irgendwie richtig gut. Das Wetter ist fast immer gut. Außer jetzt vielleicht in der Regenzeit, aber das ist auch nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Also wir waren letztes Jahr im September und Anfang Oktober in Thailand und da war, oder da ist Regenzeit. Aber es war gar nicht so schlimm. Also es hat ab und zu mal gewaltig geregnet, aber dann war es auch schon wieder gut. Aber so Februar rum ist wahrscheinlich die beste Zeit, wo du hierher reisen kannst. Es ist immer geiles Wetter. Es ist fast schon zu warm. Also manchmal hält man es gar nicht aus in der prallen Sonne. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall noch auf die nächste Zeit. Also wir haben noch nicht viel geplant, aber wir wollen eigentlich noch einiges erleben. Also lasst gerne ein Abo da, dann könnt ihr euch die weiteren Videos noch alle angucken und noch mehr von Thailand sehen. Wir werden bestimmt noch mal schnorcheln gehen oder so, das ist immer ganz geil. Ein Punkt, der mich persönlich noch ein bisschen abfuckt in Thailand, das würde jetzt wahrscheinlich nicht jeden betreffen, aber das ist das Thema mit dem Dampfen. Dampfen ist ja hier illegal. Also du darfst hier keine Vapes einführen, du darfst keine Vapes rauchen, du darfst keine kaufen, eigentlich. Aber auf dem Markt werden trotzdem diese kleinen Vapes verkauft. Jetzt die Tage, wann wir feiern und auf dem Heimweg wurden wir von der Polizei angehalten. Und ich hatte mir natürlich so eine kleine Vapes auf der Straße gekauft und die wurde mir dann natürlich direkt abgezogen. Ich musste zum Glück keine Strafe zahlen, der Polizist meinte dann not good, not good, not allowed und hat mir die dann abgezogen, hat die mitgenommen. Dann habe ich mir wieder eine neue gekauft und wir wurden, ich glaube zwei Tage später wieder von der Polizei angehalten und ich hatte die dabei. Ich habe das aber vorher gesehen und habe die einfach vorne schnell im Auto in so ein Fach gepackt und dann haben die uns wieder komplett durchsucht, aber das Auto haben sie nicht durchsucht. Vor allem das krasseste finde ich einfach, dass du hier überall Brokkoli legal kaufen, rauchen kannst, aber Vapen verboten ist, also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich habe auch jemanden kennengelernt letztes Jahr auf Koh Samui, der hatte die im Handgepäck mit dabei, die Shisha und musste dann am Flughafen 500 Euro Strafe zahlen, also davon würde ich euch komplett abraten. Ach ja, noch eine Sache, die ich mega an Thailand feiere. Ihr habt einfach bei jedem Klo, auch in den öffentlichen Toiletten, immer so einen Schlauch, mit dem ihr einfach... Naja, ihr wisst es schon. So Leute, wir haben ja jetzt heute noch keinen Burger gegessen, deswegen gibt es jetzt natürlich direkt nochmal einen Burger. Der Burger heißt Paris. Boah, und der schmeckt richtig gut. Burger geht eigentlich immer. Wir sind in Thailand, entessen immer nur Burger, was ist denn das? Wir haben jetzt noch bei Taco Bell bestellt, aber ich habe mir nur noch hier paar Chicken-Teile mitgeholt, weil ich habe zwei Burger gegessen. Und die schmecken tatsächlich ziemlich geil. Die hat man die Tage schon mal. Guten Morgen, was ist denn das? Guten Morgen, ich bin ein wenig am Filmen. Am Filmen? Ja, für mein Intro. Aber was ist denn das? Was ist das? Das ist... Boah, Alter, wie heißt denn das? Hat die uns das gemacht oder was? Ja, keine Ahnung. Also die hat gerade zu mir gesagt, hier, esst das doch mal und so weiter. Da habe ich gesagt, was ist das? Und dann hat sie irgendeinen thailändischen Begriff gesagt. Keine Ahnung, was das ist. Wow, das macht die eigentlich immer. Die labern uns die ganze Zeit auf thailändisch voll. Gibt es da einen Kaffee oder was? So, ich trinke jetzt erst einmal den Kaffee. Und zu meiner Morgenroutine gehört es jetzt eigentlich schon dazu, dass ich hier jeden Morgen auf jeden Fall ein paar Bahnen schwimme, um ein paar Kalorien zu verbrauchen. Wir essen hier so zu viel und ja, mit der Form, ich will es halt nicht komplett verkacken. Ein bisschen werde ich es sowieso verkacken, aber komplett verkacken möchte ich es nicht. Boah, ist noch heiß. Was denn? Du kannst es gerne probieren. Ich esse es jetzt noch nichts. Was bist denn du für ein kleiner Süßer? Oh, tschüss. Der Leon, der Leon ist noch im Bett. Ich wollte eigentlich dich nochmal fragen, was du am geilsten an Thailand findest. Ich finde eigentlich an Thailand am geilsten. Die Leute finde ich hier sehr nett einfach. Das ist etwas, was mir extrem auffällt, vor allem im Vergleich zu Deutschland. Die einfach so freundlich sind. Das habe ich ja gesagt. Aber was jetzt wirklich das allergeilste ist. Ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig zu sagen, eins zu sagen, weil das ist die Kombination des allem. Weil ich meine, du hast an jedem Ort, wo du jetzt vielleicht hinreist, hast du irgendwelche Sachen, die sehr geil sind, aber nicht so viele wie in Thailand halt. Also das ist halt so der Punkt, finde ich. So das Gesamtpaket, finde ich. Genau, ja. Der Vibe. Ja. Und ich fühle, also ich habe auch hier generell so ein, ich fühle mich hier so wohl einfach. Also ich fühle mich hier überhaupt nicht irgendwie unsicher oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist einfach so fast schon wie ein Zuhause. Ja, zweites Zuhause. Ja, genau. Ich weiß aber noch am Anfang hatte er irgendwann mal gesagt, ja Thailand ist so gefährlich, er will nicht nach Thailand reisen. Leute, dazu kann ich einfach sagen, wenn ihr recherchiert nach Reiserzielen, glaubt nicht immer alles, was im Internet steht. Ist so. Weil wenn du im Internet schaust, dann steht Thailand, es ist irgendwie gefährlich oder es ist Kriminalität und so. Ey, wir haben hier noch nie irgendwas mitbekommen, noch kein einziges Mal. Mit Thailandern auf jeden Fall, nicht einmal war, glaub ich, irgendeine Schlägerei in Koh Samui auf einem Beach Club. Ja, das waren aber Touristen. Ja, das waren Touristen. Ich habe noch nie auch einen Thailänder, also einen Mann irgendwie getroffen, der unfreundlich war. Nee, oder aggressiv oder irgendwas. Kein bisschen. Ich weiß gar nicht, was hier kriminell sein soll. 0,0. Das frage ich mich auch. Vielleicht kriegen wir das einfach nicht mit, aber... Ich meine, natürlich nimmt man wahrscheinlich immer an, dass wenn die Leute hier, weil die Leute haben natürlich hier deutlich weniger Geld als in Europa jetzt, dann nimmt man vielleicht an, dass die deswegen irgendwie kriminell sind oder so. Also aus meiner Erfahrung überhaupt gar nicht so. Nee, echt nicht. Und vor allem jetzt an Koh Samui. Und auch, also in Phuket könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schlimmer ist, weil es halt einfach viel größer ist und ist ja auch klar, dass dann da mehr passiert, aber zum Beispiel auf Koh Samui kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie groß Kriminalität ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Du siehst ja dort auch gar keine Polizei auf Koh Samui. Ja eben, siehst du halt auch, nie. Und jetzt hier auf Phuket wurden wir schon zweimal kontrolliert. Ja, das habe ich erzählt mit der Skischattel. Naja, das ist, also für alle, die noch nicht in Thailand waren, das muss man echt mal erlebt haben. Das muss man mal erlebt haben, ja. Vor allem Koh Samui, finde ich. Koh Samui ist, finde ich, so der beste, wahrscheinlich der beste erste Reise, das beste erste Reiseziel, wo man in Thailand hingehen kann. Weil das ist nicht zu viel, nicht zu touristisch. Das ist aber auch nicht so, dass da gar nichts los ist. Du kannst da auch was machen und so, ne. Du kannst da auch richtig gut feiern gehen auf Koh Samui, finde ich. Genau. Und für diejenigen, die nicht feiern gehen wollen, kannst du auch Bootstouren machen. Gibt es auch ganz schöne Strände, eigentlich auch, ne. Also jetzt nicht so krass wie hier. Aber es ist auf jeden Fall geil. Also, und Stacked Burger. Stacked Burger ist der beste Burger. Das ist das beste Argument für Koh Samui. Ja. Na ja. Leute, die Thailänder sind wirklich der Wahnsinn, beziehungsweise die Thailänderinnen. Hier unsere Haushälterin, die hat mir gerade Medikamente gebracht, weil sie gehört hat, dass ich die ganze Zeit gehustet habe und so weiter. Also, mega korrekt. Also, sowas musst du ja nicht machen, ne. So aufmerksam einfach. So fürsorglich irgendwie, ne. Also, das ist echt krass. Das ist übel krass. Finde ich mega nett von ihr. Der Leon hat gerade gesagt, was er noch an Thailand nicht so gut findet. Was hast du gerade gesagt? Hier wird es immer um sieben oder so dunkel. Also, egal zu welcher Jahreszeit. Manchmal wird es auch schon früher dunkel. Das ist die einzige Sache, die mich hier wirklich stört, dass es halt so früh dunkel wird. Wenn in Thailand erst um zehn oder so die Sonne untergehen würde, dann wäre es perfekt. Dann wäre Thailand perfekt. Wir haben uns jetzt mal fertig gemacht und fahren jetzt mal in einen Beach. Ich glaube, ich bin echt gespannt, wie es dort ist. Ich habe tatsächlich heute noch gar nichts gegessen, weil ich gestern ein bisschen über die Stränge geschlagen habe. Habt ihr eigentlich schon was gegessen? Ja, ein Burrito. Ein Burrito, stimmt. Den hatten die beiden von gestern noch. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir heute was essen. Jetzt geht hier gerade die Sonne unter. Richtig schön. So Leute, wir sind jetzt gerade eben hier am Beach angekommen. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus hier. Ja, also wir brauchen jetzt einen neuen Plan. Ist nicht so nice hier. Wir schauen mal, was wir jetzt machen. Hat sich nicht gelohnt, hierher zu kommen. Der Sonnenuntergang ist jetzt gerade schon echt richtig, richtig krass. Sieht so, so schön aus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, der Test. Geil. Richtig schön frisch. Sogar kalt. Richtig kalt. Mega nice. Mega viel Sushi am Start, ey. Krass. Laute frittierte Sachen. Boah, das schaut schon auch geil aus, ey. Das schaut geil aus. So, wir sind jetzt in einem libanesischen Restaurant. Die Katte ist ziemlich klein. Und ja, es ist recht gut bewertet hier. Deswegen bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es schmecken wird. So, jetzt gibt es erst mal ein Bier. Ein schönes Chang. Meiner Meinung nach das beste Bier in Thailand. Der beste Kotter in Thailand. Das tut gut. So, die Vorspeise ist jetzt da. Ja, das sind so Tempura-Schrimps mit irgendeinem Dip. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Schaut auf jeden Fall geil aus. Schmeckt richtig gut. Oh Leute, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, da ist Lamm drauf, Hähnchen. Und nochmal Lamm, ein bisschen Gemüse. Und unten drunter ist so ein Brot. Aber erst mal ein Foto für die Insta-Story. Goldenes Besteck. So, probieren wir erst mal hier das Lamm. Richtig geil. Hähnchen. Auch gut. Jetzt noch das hier. Alles voll lecker. Richtig geil. Es ist so unglaublich warm hier. Und ich hoffe, dass das Ding hier jetzt nicht scharf ist. Nein. Es ist bitter. Oder? Oh, jetzt kommt es. Ein bisschen scharf. Aber nicht eigentlich. Tomate. War gutes Essen. Ein Bier geht schon noch, oder? Zwei Bier sind kein Bier. Prost, Leon. So, unser Taxi war jetzt innerhalb von nicht mal einer Minute da. Ratzfatz sind da die Taxis da. Wir fahren jetzt wieder heim. Oh, hier riecht es gut. Hallo. Smell's good? What is it? Der wird gleich überfahren, der Jan. Äh, der... Habe ich jetzt Jan zu lernen? Ich... Der Jan? Der Jan? Wie komme ich denn auf Jan, Alter? Naja. Der Simon hat dich gerade Jan genannt. Ja. Kannst du mal leuchten? Ich sehe nicht. So, ich möchte jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen Kommentar. Und Leute, nicht vergessen, es werden alle Kanalmitglieder erwähnt. Alle neuen Kanalmitglieder, genau. So schaut's aus. Macht's gut. Servus. Servus.